Komm mal irgendwie hier drauf. Wie soll ich da auskommen? Spring da runter, da. Und jetzt hier drauf. Sorry. Und jetzt gehe ich auf die andere Seite. Ne, ne, bleib auf der anderen Seite. Bleib auf der Seite. Hey, da ist irgendein Ritter. Ja, das ist Philipp. Oder das ist ein Computer-Gescheulter, Philipp. Komm her, Wasser. Ja, hier auf der anderen Seite ist auch noch was. Ja, aber da hinten links sind noch so viele Sachen, die ich haben würde. Autsch. Ah, hier. Ich versuche, ob das auch bei Kartoffeln klappt. Ja, jetzt habe ich's. Nein. Kannst du mir irgendwas hinbauen, dass ich da hinkomme? Boah, ich schaff's grad gar nicht. Autsch. Ich schweb dich hoch. Boah, das klappt so nicht. Halt mal. Das funktioniert so nicht. Ich will erstmal das Teil hier wegkriegen. What the fuck? Du hast die Kiste kaputt gemacht. Ich zerstöre deine Kisten. Also ich weiß, wie man hier oben hinkommt, aber... Ja. Scharf. Ich kann die Objekte auch irgendwie wieder löschen, sagt der mir eben, aber ich weiß nicht wie. Fikur wechseln? Wie Fikur wechseln? Ich will an diese verdammten Teile da oben dran. Ah. Ey, wir haben einen Levelaufstieg. Tabulator. Wie kommt jetzt, äh... Philipp, weißt du wie man an die Teile da rüberkommt? Welche Teile? Wo bist denn du? Ich komm hier hoch. Hier. Ich nehme mich hier hin. Jetzt kannst du hier rüber. Ja. Jetzt müssen wir noch an die anderen. Wo seid ihr? Hinten. Das wird hier links am Bildschirm angezeigt. Ich bin der Magier. Bau da mal so'n Viereck auf die Pflanze, wo du grad stehst. Nein, kein Viereck. Man braucht so'n Ding hier so... Eine Lanze? So ne... So ne... So ne... So ne... So ne Waagrechte. Du brauchst so ne Waagrechte. Du musst eine Tangente dran bauen. Wie mach ich denn ne Waagrechte? Ziehen. Einfach ne Linie ziehen. Wir sind so fett, Philipp. Ich zieh so richtig viele Linien, aber sie springt nicht. Das war keine Linie. Warte. Wechsel mal. Drück mal 3. Ah! Ein Philipp! Ne, ein Jonas. Ey, wie hast du die gemacht? Schadet sein, dass es erst ein Upgrade ist. Wie kommen wir jetzt trotzdem... Ah! Da hat sich was gebaut. Ja, da müssen wir hin. Ich komm trotzdem noch nicht hin. Aber die Kiste ist noch im Wege. Nein, du bist aber zu fett für das Teil. Hey, guck, jetzt kommt die Kiste sogar perfekt nutzen dafür. Ich nehm das da. Ah, ich hab das andere. Das ist echt mega flüssig. Junge, Junge. So ein Scheiß. Ja, guck, die ganzen aufwändigen Physikberechnungen vom Wasser. Da hast du bestimmt Physix mit dabei. Wird auch garantiert auf meine AMD-Karte laufen. Ja. Hoi! Hoi! Hoi hoi! Hoi kaputt, hoi kaputt. Ja, ich schieß nach vorne, das Pfeil fliegt nach da oben. Ah! Oh, oh, oh! Ich komm auch mal. Ah! Wir kaufen hier nen Hammer. Ich hab nen Hammer. Boaaaannn. Pio! Pio! Ah! Ich bin weg! Ich bin weg! Äh! Nein, 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 nein! Nicht wechseln! Wir brauchen den großen Dicken! Was wollt ihr von mir? Au! Stirb! 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 Au, au, au! Da greift ich mir an! Ich bin doch friedlich! Gott, wir lieben es nochmal! Pfeile in die Fresse! Ich saub mich einfach über Kisten! Das wird schon klappen! Kannst du nicht geschweben lassen? Das ist eine einfache, unkomplizierte Aufgabe! Ich hab nicht sowas! Au! Ich nicht! Danke! Ich komm da nicht weiter! Das ist der Plan! Pio! Das war nicht so! Nein! Ich will die ganze Zeit Waffen wegsetzen! Ah! 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 Ja! Du bist zu schlecht dafür! Ich hast dir den Weg verbaut! Wir öffnen das Fähigkeitsz... Einen Fähigkeitspunkt! Worauf mach ich das drauf? Lenktrachenschild? Explosiver Pfeil! Das klingt cool! Aber ich hab zu wenig Punkte! Ah! Ich weiß nicht was ich tue! Wie komm ich da hin? Leute! Wollt ihr nicht mal Fähigkeiten upgraden? Hab ich schon! Oh! Will hier mal jemand drauf gehen? Philipp? Oh ja, warte! Ich komme! Nein! Oh, ich geh drauf! Warte! Ah! Ich bin so schwer! Ah! Ich komm nicht drauf! Ich komme jetzt da hin! Hahaha! Scheiße! Das hört doch nichts! Also wir müssen... Aua! Ey! Ihr Zauberer! Ich glaub du musst die Kiste dahin machen! Die Kiste die dahinten steht! Sprung! Ah! Ja! Ich bin oben! Ich glaub die Kiste die da steht! Du musst einfach nur fliegen! Wie kommst du jetzt hier hin? Mit Skill! Bewegungsunsichtbarkeit! Wir lieben uns insofern nicht sichtbar! Wir dürfen da nicht reinlaufen, oder? Steig mal auf die Kiste! Ui! Oh! Töte mich bitte nicht! Weiter hoch! Weiter hoch! Hier ist irgendwas herzmäßiges! Ich seh nichts! Äh! Noch mal runter bitte! Oh! Ich bin zu blöd hier zum schießen! Und wieder hoch! Und wieder hoch! Ah! Mann! Das Teil kann man gar nicht abschießen! Was denn, Mist! Nein! Ja, okay mach du mal! Du musst mir dann halt sagen, wo lang ich sie nehme! Längs, längs! Okay, hab's! Ja, ich kann das Teil nicht abschießen! Soweit weiß ich das schon! Das macht ihr! Ah! What the fuck! Au! Der schießt! Immer noch! Da! Philipp, Hammer! Ich bin tot! Scheiße! Lars ist tot! So ein Fake! Das hab ich jetzt nicht geplant! Ich will wieder leben! Ah! Ich wollte doch das Ding nur mit meinem Schwert kaputt machen! Ich glaub das funktioniert so nicht! Ah! Was passiert? Lebt wieder! Ah! Warte, jetzt hab ich ein Schwert! Ich lauf einfach weiter! Das passt schon! Geh mal den Stein da weg! Hebe mal den hoch! Du kannst, du kannst die Pflanze nicht besiegen! Aber nur hol mal das Teil, das unter der Pflanze liegt! Philipp, du könntest das Teil hier bewegen! Das Teil da oben, was da ist! Ja, hol mal das Teil, das unter der Pflanze liegt! Ich komm noch nicht hin! Der Stein ist im Weg! Philipp, kannst du das Teil hier runter holen? Hier oben? Warte kurz, ich hol das Teil unter der Pflanze! Au! 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 Ich hab jetzt gesagt, die Pflanze weg holen und dann nehmen! Jetzt! Ah! Die Pflanze kriegt man im Arsch! Ich hab's! Ach komm! Stell dich mal auf die andere Seite, du fetter Sack! Andere Seite! Philipp soll da hoch, nicht du! Kannst du irgendwas damit machen, bewegen oder so? Ich hab's kaputt gemacht! Ja gut! Ah nein! Ich bin tot! Hast du das geschafft? Au! Die Pflanze hat dann plötzlich wieder da! Wir brauchen hier einen Hammer! Ja, dann geht mal ganz kurz zurück! Nein, nein! Das unterlassen wir jetzt! Ah! 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 Ich kann mich nicht bewegen! Ah! Ah! Ich will nicht sterben! Ich hab hier ein Geschenk für jemanden! Au! Du kannst mich wiederbeleben, Jonas! Klar! So, da bist du wieder! Danke! Freigeschenke für alle! Hier eine wunderschöne Kiste! Mit Inhalt! Oder? Kannst du eine Kiste mit Inhalt zeigen! Zerstören! Toll, jetzt habt ihr meine Kiste mit Inhalt zerstört! Du deiner Scheißkiste mit Inhalt! Du deiner Scheißkiste mit Inhalt! Hier kommst du nicht rauf! Na, war doch nicht schon! Du musst doch wieder alles kaputt machen! Jupp! Alter! Sorry! Du hast mich in meine Konzentration gestört! Dafür wirst du fließt! Ja! Mit meiner Wiederbelebung hoffentlich! Warte! Am besten du drückst einfach mal 1! Dann funktioniert das wahrscheinlich besser! Ja! Ich glaub nicht! Einfach 1 drücken! Ja! Warte! Was steht da unten? Amadeus will den... Ah! Ich hab's nicht geschafft! Ich hab's nicht geschafft! Nein! Nein! Das ist drin! Au! Ich töte mich! Au! Wie das leckt! Schmerzhaft! Ich töte mich echt dauerhaft! Au! Schade! Da war plötzlich ein Stein! Au! Muss mein Hammer da sein! Na gut! Ich geh jetzt einfach hier hoch! Nein! Wartet! 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 Ich bin drüben! Ich bin drüben! Hier sind aber noch ganz viele Dinger! Ja! Ich weiß! Aber ich wollte erstmal rüber gehen! Ich wollte wissen ob ich's schafft! Ich bin eh schon halbtot! Nein! Auf den Stein stellen? Ei! Ei! Oh! Ich hab's geschafft! Warte! 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 Yeah! Ich hab's geschafft! Ich kann meine Unsichtbarkeit benutzen! Hell yeah! Krass! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ey! Ich war unsichtbar! Ne! Ich bin tot! Warte! Warte! Kannst du mich kurz wiederbeleben? Ja! Und da ist er auch schon wieder da! Ey! So ein Scheiß! Ich dachte ja irgendwie ich wär unsichtbar! Dann bin ich ja ins Menü gewechselt! Dann war ich wieder sichtbar! Schön! Warte! Warte! Guck! Jetzt bin ich unsichtbar! Oh! Moment! Für 10 Sekunden! Nein! Du! Boop! Weiß ich selber! Wieso ist jetzt eigentlich dieser fette Stein hier so langsam? Jetzt warten wir doch wenigstens und spielen bis ich wieder da bin! Ich bin doch gar nicht so weit! Au! Au! Ich brauche definitiv einen stärkeren Pfeil! Ich hätte mir das anstatt Umschalt kaufen sollen! Egal! Ich bin weg! Zombie Riot hat das Spiel schon wieder verlassen! Ja! Warte doch wenigstens mal mit dem Laufen! Na wir wollen uns grad nur verteidigen weil wir angegriffen werden! Oh! Mein Hammer ist weg! Nicht Frosthammer! Ah ne ne! Ich treffe den schon! Ich mein ich bin eh Skillgamer! Und Philipp ich glaub hier brauchen wir dich grad eh um zu überlegen! Dann haben wir unten gelassen! Ah ich kann eh! Der kommt irgendwann wieder! Nein! Oh Gott! Was soll denn der Müll? Dauert nur mehr Zeit! Trine Fick dich! Was tust du denn immer? Ey der oben ist auch noch was genau da! Ey da hab ich's gut gemacht! Ey ich hab's gut gemacht! Ey du hast du ja Spaß gemacht! Ich schau so lange mal ob ich hier Nullfährlichkeitspunkte! 44,50 Erfahrung! Du kannst nicht zurück zuerst nur wieder neu machen! das war ungut aber ich kann ich jetzt wiederbeleben wenn du stoppst dass wir warten oder was er ganz klar ja hier warten wir auf philipp ich kann das auch so kann mich an diesen scheiß stein nicht hoch porten wir müssen auch viele porten sogar auf philipp hast du zu hohe wartezeit ja klar seines server kommt noch nicht rein ja hier kommen nur veteranen rein oder die flasche abgeschossen warte kann ich gleich mal ein schild blocken ist aber voll nicht ausgelastet ich bin unsichtbar kann ich trotzdem sehen meine güte warte ich will wissen ob es geht ist das spiel beigetreten au das klappt nicht so verlebt mich mal wieder wer hat das spiel beigetreten du wenn du pegas heißt bist du beigetreten kann ich den kicken spieler entfernen wirklich entfernen zombie writer spielt train 2 ich habe hoffnungen ja das funktioniert schon die ganze zeit nur beitreten kann ich gleich spielen hier war nur eine kurze höhle warum setzt sich halt spracheinstellungen immer zurück sollten wir nicht warten hier ja sollten wir aber du hast alles kaputt gemacht das macht man sonst mit dem hammer du wolltest mal nur wieder seinen dicken hammer ausprobieren auf jeden fall ich triggere mal kurz ein paar gegner so lange helfen wir hin deine wachzeit ist um 10 gesunken hell yeah zombie writer ist ins spiel beigetreten oh ich habe ihn gesniped komm du hast ihn getötet was im maul was macht man hier kann ich meine F... kann ich meine F... ja ich möchte meine F... ich gehe mal zurück zu so einem save point ansonsten kann ich ihn nämlich nicht... ah ok sind wir nicht bei einem save point ich bin gleich wieder draußen was huuuuuii Junge feuerpfeil oh ich habe auch ein level up oh ich habe auch ein level up zombie writer ich wollte dich eigentlich gerade suchen sonst bist du weg ha 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 mehr Spieler nein nein ach gott wie langster was ist wie langsam wird wie langsam wird wie langsam wird mein fros schild oder sowas frost schild dann kann ich dich mit Feuer abschießen und töten was? du hast geblockt das gilt nicht ich komme nicht mehr rein das ist nicht gut ich weiß nicht ob wir unten oder oben lang gehen müssen ja unten oder ich weiß gerade nicht warte mal kurz stell dich mal kurz hin mit dem schild also bin ich hochgekommen okay das auch was willst du heute nicht auf dein eigenes schild stellen ja ja immer hoch springen ja es funktioniert ja jetzt das ist der part wo es spannend wird das lp ok scheiße nicht nur mich mann warum komm ich nicht mehr rein zombie wright hat eine ping von 5000 und die steigt wie bei mr peanut früher steigt und steigt und steigt ja bei mir ist es aber auch so alles so wartezeiten von 10 und du eine von 95 als beim internet sagt es ist noch alles gechillt und bei mir ist schwein sagt nein guck ich kann mein schwert so rum springen wie ich will und das ist perfekt wartezeiten gigius 0 irgendwas 0 10 10 computer 80 82 was tust du da ja toll wie kommst du da raus springen ok hier geht es echt nicht lang hallo ja hier geht es doch lang hey da ist doch der stein im weg ja du gut findet das glaube ich wieder nichts ich komme hoch ich komme hoch ich kriege ihn hoch was ich glaube ich habe es mal kackt aber kein trampolin springen ja es ist super dann machen wir an dieser stelle einer auf in der halle gut hier springen sie dann noch ein bisschen trampolin oh ja du machst einfach einen neuen server auch in dem ich dann einsteigen kann gut wie schon erwähnt wir machen jetzt eine kurze aufnahmepause und wir sehen uns dann in part 3 vermutlich wieder oder so bis dann bis gleich ah da ist ein gobblin ah da ist ein gobblin